Die Ninotaku Anime News werden euch präsentiert von The Dungeon of Black Company. Eure wöchentlichen Anime News auf YouTube mit einem neuen Trailer zum kommenden My Hero Academia Kinofilm, vielen Infos zum Demon Slayer Anime und einem neuen Anime Projekt zu Konosuba. Aufgepasst, liebe Leute, heute verschenke ich auf meiner Instagram-Seite ein echtes Unikat. Passend zum Release des Rollenspiels Crystales verlose ich diese extrem limitierte und vor allem wunderschöne Switch-Variante im Design des JRPGs. Und das Spiel packe ich natürlich auch oben drauf, damit ihr direkt loslegen könnt. Einen Link zu meiner Instagram-Seite findet ihr in der Videobeschreibung. Das neue Anime-News-Video starten wir mit einer, Zitat, neuen Ära des Anime. Okay, zugegeben, das ist schon eine recht gewagte Ansage vom Studio Gonzo, das zuletzt den Netflix-Anime Seven Seeds hervorbrachte. Die Verantwortlichen gaben nämlich bekannt, dass man derzeit unter Zuhilfenahme bestimmter Technologien an einem neuen Anime-Projekt namens Samurai Cryptos arbeitet, das dann besagte neue Anime-Ära einleiten soll. Wie das schlussendlich aussehen wird, bleibt spannend, aber erstmal abzuwarten. Denn bislang klingt die Beschreibung von Samurai Cryptos sehr kryptisch. Mit Miruko-Chan machen wir nun einen kurzen Abstecher ins Horror-Genre. Auf der offiziellen Webseite der Serie wurde nämlich verkündet, dass der Titel ab Oktober dieses Jahres im japanischen TV ausgestrahlt wird. Der Anime handelt vom Mädchen Miko, dessen Leben eines Tages völlig aus den Fugen gerät, als die Oberschülerin urplötzlich abscheuliche Wesen sehen kann. Über eine Lizenzierung für Deutschland ist noch nichts bekannt. Gespenstisch machen wir im wahrsten Sinne des Wortes weiter. Der Original-Anime Summer Ghosts wurde nun mit einem japanischen Kinostartdatum ausgestattet. Demnach soll die Geschichte um drei Oberschüler und ein mysteriöses Geistermädchen am 12. November dieses Jahres debütieren. Nächster Original-Anime, nächster Kinofilm. Am 29. Oktober feiert der Studio J.C. Stuff Movies Sing A Bit of Harmony seine Premiere in den japanischen Lichtspielhäusern. Im Hintergrund seht ihr ein paar Szenen aus dem aktuellen Trailer. Der knapp zweistündige Film handelt von der KI Shion. An ihrer neuen Schule macht es sich die Protagonistin zur Aufgabe, ein ausgegrenztes Mädchen zu umsorgen und glücklich zu machen, und zwar mit ihren Gesangskünsten. Wir bleiben auch für die nächste News im Kinosessel sitzen, denn die sechsteilige Princess-Principal-Film-Reihe Crown Handler geht ab dem 23. September in die zweite Runde. Neben dieser Info rückten die Verantwortlichen auch einen neuen Trailer um die fünf weiblichen Spione und ihren Überlebenskampf in der Unterwelt Londons raus. Princess-Principal, Crown Handler,第2章 Bereits am 6. August öffnen die japanischen Kinos ihre Pforten für den neuen My Hero Academia Movie World Heroes Mission. Auf der offiziellen Webseite zum Film wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, den ich euch hier zeige. Ob und wenn ja wann der heldenhafte Abendfüller auch nach Deutschland kommt, ist noch unklar. Wie bereits vor einiger Zeit angekündigt wurde, erhält die gefeierte Anime-Serie Demon Slayer eine zweite Staffel. Unklar ist jedoch noch immer, wann genau die Fortsetzung an den Start geht. Vor einigen Tagen wurde ein neuer Teaser veröffentlicht, an dessen Ende erneut das Jahr 2021 als Release-Jahr angegeben wird. Zudem wurde bereits vor etwa zwei Wochen ein Trailer enthüllt, der ebenfalls 2021 als Startdatum bestätigte. Ich bleib für euch dran. Wir bleiben beim Thema Demon Slayer, denn bis zum Start der zweiten Staffel könnt ihr euch die Wartezeit bei ProSiebenMax verkürzen. Wie mir die Kollegen exklusiv verrieten, stockt man das Anime-Angebot im August mit dem AAA-Titel aus dem Hause UFO-Table auf. So dürft ihr euch ab dem 27.08. auf die 26 Folgen umfassende erste Staffel der Hitserie Demon Slayer freuen. Neue Folgen, und zwar immer drei am Stück, erwarten euch dann jede Woche im Rahmen der Anime-Night nach dem Anime-Film. ProSiebenMax zeigt Demon Slayer in der ungeschnittenen Variante samt deutscher Synchro. Und Demon Slayer die dritte. Denn nachdem ihr die eben erwähnte erste Staffel gesehen habt und die vorhin erwähnte zweite Staffel sehen wollt, solltet ihr auch das in Anführungsstrichen Bindeglied der beiden Seasons, nämlich den Kinofilm Mugen Train, anschauen. Wer es aktuell nicht ins Kino schafft, darf sich in diesem Zusammenhang auf die Herbstausgabe des Akiba Path Festivals von Peppermint Anime freuen. Die sogenannte Fall Edition. Ein Online-Event auf Twitch, das vom 24. bis 26. September stattfindet. Peppermint gab nämlich bekannt, dass man in diesem Rahmen den Movie Mugen Train mit wahlweise deutscher oder japanischer Synchro ausstrahlen wird. Der Anime-Anbieter KSM vermeldet Prominenten-Katalog-Zuwachs. So konnte sich der Publisher die Rechte an Mamoru Hosodas Bell sichern und plant einen deutschen Kinostart im Jahr 2022. Hosoda wurde durch Anime-Meilensteine wie etwa Ame und Yuki, Mirai das Mädchen aus der Zukunft oder der Junge und das Biest bekannt. Netflix gibt Gas und stockt seinen Anime-Katalog weiter auf. Vor einigen Tagen gab der Streaming-Anbieter bekannt, dass man sich die Rechte am CGI-Movie Monster Hunter Legends of the Guild sichern konnte. Was ist das? Eine unbändige, unaufhaltsame Naturgewalt. Damit feiert der knapp einstündige Film, der sich als Spin-Off des beliebten Monster Hunter-Franchises versteht, seine Weltpremiere bei Netflix. Ab dem 12. August stürzt ihr euch mit Protagonist Aiden in den Kampf gegen einen, sprichwörtlich, monströsen Drachen. Pass auf, Kumpel, wenn's grenzlig wird, ist Plan A, wegzurennen. Pläne C, D und E sind verstecken, verhandelt und wegrennen. Ebenfalls im August startet, wie bereits berichtet, das Reboot des Anime-Klassikers Shaman King bei Netflix. Nachdem der 52-teilige Anime im April dieses Jahres sein japanisches TV-Debüt hinlegte, bereichert die Neuauflage des Klassikers ab dem 9. August den weltweiten Netflix-Katalog. Und zwar mitsamt einer deutschen Synchro, zu der nun erste Infos durchgesickert sind. Demnach dürft ihr euch auf nahezu alle Sprecher aus der Originalserie freuen. So wird Protagonist Jo zum Beispiel von Hubertus von Lerchenfeld vertont, der beispielsweise Sanji in der deutschen One-Piece-Fassung seine Stimme leid. Saman King Wo Blätter tanzen, glüht ein Feuer. Der Glanz des Hokage strahlt auf das Dorf. Wieder erblühen junge Knospen in Konoha. Jutsu der Schatten-Doppelgänger! Bist du Narutos Sohn? Als nächsten Netflix-Neuzugang im August gesellt sich dann auch noch der Naruto-Nachfolger Boruto ins Programm des Anbieters. Demnach steht ab dem 1.8. Staffel 1 der Serie zum Abruf bereit. In Deutschland ist das im Jahre 2017 gestartete Sequel zum schonen Klassiker Naruto auf Disc bei KSM erhältlich, während euch beim Anbieter TV Now die ersten 51 Episoden mit deutscher Synchro zur Verfügung stehen. Boruto! Naruto the Movie! Wir, die Sippe des Abschieds, sind Zeugen des Schicksals vieler Menschen, die gehen mussten. Anime-Nachschub auf Netflix gibt's aber nicht nur im August, vielmehr wurde der Katalog um einen weiteren Titel angereichert, der euch ab sofort zur Verfügung steht. Die Rede ist vom 2018er PA-Works-Movie Magia, eine unsterbliche Liebesgeschichte. Wenn ich nicht groß werde, kann ich dich ja nicht beschützen. Du hast mir doch versprochen, du würdest mich immer beschützen. Das 115-minütige Drama steht nun wahlweise mit deutscher oder japanischer Synchro zum Abruf bereit. Magia, eine unsterbliche Liebesgeschichte. Der Konosuba-Anime zählt bislang zwei Staffeln, zwei OVA-S sowie einen Kinofilm. Die beliebte Serie ist in Deutschland beim Anbieter Animun erhältlich und auf meinem Kanal könnt ihr euch je die erste Episode der beiden TV-Seasons kostenlos ansehen. Einen Link gibt's in der Infobox. Und wer nicht genug von Konosuba bekommt, hat nun Grund zur Freude. Nein! Was zur Hölle ist jetzt schon wieder los? Die Verantwortlichen kündigten ein brandneues Anime-Projekt an. Details wurden jedoch nur sehr sparsam gestreut und bislang ist unklar, ob es sich um eine weitere Staffel, eine neue OVA oder einen zweiten Kinofilm handeln wird. Auch einen Release-Termin gibt es noch nicht. Was denkt ihr, was da auf uns zukommt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das waren die wichtigsten Anime-News der Woche in der Zusammenfassung. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen. Die NinoTaku Anime-News wurden euch präsentiert von The Dungeon of Black Company. Die NinoTaku Anime-News